was ist das 3 spiegeleier und ein käffchen mit ein bisschen milch und wasser das ist mein frühstück heute jetzt geht es zur arbeit ich habe übrigens völlig vergessen gestern abend noch was zu filmen ich habe nämlich gestern abend doch noch was gegessen es gab noch mal spargel zur spargelzeit immer spargel mit rosenkohl und dann habe ich noch ein kleines stückchen lachs vom mittag gegessen ja also das gab es dann doch noch aber dennoch war das einigermaßen im rahmen ich bin im büro und habe mir mittagessen geholt das kann ja gar nicht muss ja so machen und dann so da ist mein mittagessen ein dollar ich bin wieder zu hause und habe unterwegs den letzten fisch gegessen den ich mir gestern noch gekauft habe das ist echt lecker so ein lachs und so eine makrele der letzte rollmops ging drauf ein paar cocktailtomaten und jetzt habe ich schon wieder gar keinen hunger also alles gut wahrscheinlich gibt es heute abend noch ein bisschen was und das reicht dann aber auch auch so ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020